Wie kann ich da reinpacken? Einiges, oder? Äh, vier Sachen halt. Auf die ein, zwei und drei und die vier. Mehr geht nicht. Kann ich auch nichts kombinieren, ja. Warum denn? Den Rucksack in die Mitte? Rucksack in die Mitte, ja. Der steht jetzt in der Mitte. Jetzt geh ich mit Rechtsklick auf das Katana. Ja. Und dann muss ich es gleich kombinieren. Ach, das ist doch... Und dann musst du es kombinieren, genau. Ich dachte, du legst die alles auf einmal hin. Oder legst die alles hin und kannst ja... Ne, du musst alles einzeln machen. Jetzt muss ich jetzt so zu sagen, wenn ich... Da eins hab ich das. Da zwei hab ich was zu trinken, da hab ich... Ah, okay. Okay, du bist jetzt ruhig. Jetzt schaut, dass du Flittermäuse nicht essen kannst. Johannes, wie sieht's bei dir aus? Kommst du, oder? Ich hab nur gewartet, bis du fertig bist mit dem Kraften ausprobiert. Ich bin durch. Ja. Ich hab hier meine ganze Koffe noch aufgemacht. In den meisten waren aber tatsächlich leider nur Ohren drin. In einem waren Stoff und in einem waren noch Medis, aber... Viel mehr war auch nicht drin. Wir drücken es noch so, da wenn ihr was wollt. Wo ich grad stehe. Ist auch da. Ich hab grad meine Ohren ganz verzweifelt gesucht, aber die ist von der Bombe verdeckt worden. Ach, ich hab kein Klebeband mehr. Okay. Hast du schon eine Bombe gebaut? Ja, ich hab schon eine Bombe gebaut. Okay, erste Frage. Kann man die Bombe werfen? Ja. Also die musst du nicht vor die Füße legen und weglaufen. Also die kannst du schon werfen. Äh, dann warte mal kurz. Ähm. Eine A-Band-Uhr, Klebeband, eine Platine, Alkohol und Kleingeld. Äh. Okay, ich finde alles wieder auf dem Kleingeld. Ich wollte das. Äh, nebenhin, äh, vor der Medizin. Das, äh, zwischen dem Geld und der Medizin. Das ist so Münzen. Ich hab halt keine Klebeband. Auch hier. Ich hab auch nur ein Klebeband aufgebaut. Ich prob mich, ich weiß auch nicht warum. Äh. Ich hab gar keins. Vier Isolierbänder. Hab ja schon Münzen. Ich hab auch nur drei Leiterplatten. Also mehr kann ich schon auch nicht bauen. Genau, du kannst nur drei bauen. Du hast immer nur drei Platinen und drei Leiterplatten kannst du tragen. Äh, Alkohol. Tak, tak, tak. Wo soll das liegen? Das Klebeband? Äh, das liegt, glaub ich, neben dem Alkohol. Äh, bei den Blättern da oben. Ne, nein, 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 nee, nein. Neck das weg. Neck das weg. Neck das weg. Neck das weg. Neb da vorherig die Sprechstoff in die Hand. Ah, da hab ich gar nichts. Äh, nein, hör auf. also ich habe mich auch kein klebeband ich habe nur als so gut dass man mit rechtsklick alles zum kräften ein geht immer links klickt das will ich haben ja das fehlt noch leider von abgeschrieben doch die uhr muss auch noch nein entfernen nicht ausrüsten da er alles in die mitte reinlegt wegzulegen ok jetzt habe ich drei sprengstoffe gebraucht ich werde jetzt alle in die luft jagen das war ich jetzt schon ich halte absteufe johannes doch erstmal lauf johannes vor chris ist noch am buch lesen ich war doch im bruch gewesen ich habe ja gesehen dass da eine wand ist ein kreuz ich wollte warten aber ok die kiste da hallo nichts da kreischt schon wieder der heilig sei jesus amen wie sieht zungertechnisch bäusch aus lieber gott ich bete scheiße ich in die hände unknetet was was ich habe noch ein bisschen grünzeug zum essen zu ringelblumen chico re und aloe vera stimmt das kann man ja das kann man essen es hält zwar nicht lange an aber es hält das heißt wir müssen unseren kräutergarten ausbauen was ich glaube ich gehe nur noch mit vollen rucksäcken ich wollte ja nicht auch mal am bogen basteln der ist durch die wand geklitscht und habe ich das falsch gesehen ich weiß nicht wow weg 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 so jetzt warte mal bleib mal hinten bleib mal hinten bleib mal hinten bleib mal hinten ich will das jetzt mal ausprobieren da oben an der wand hängt er und du hast jetzt mal daneben geworfen ja ja hab ich gesehen scheiße ok da kommt schon dicker au das sieht ja lecker aus ich habe Angst nicht wieder tot zu schlagen ja deswegen hast du mich gerade auf die rückseite gestalten aber ich bin ja nicht auf die rückseite weg 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 lass mich durch das tut mir leid ich wollte mich die alte erst mal ab hier das was soll das wenn hast du hier mit reingeholt brennt die mich erst mal zu wasche hier ich glaube ich stelle ich habe auch ganz kurz kann die richtung jeder mit jahren ja ja aber vielleicht kriegen wir von dem nicht den körper mit den kann man erst so viel aufhängen auf der rechten auf der rechten ecke oder oben vorsicht hinter dir der hat mich komischerweise nicht zu erschrecken klappt doch mal stehen freund sammel stein ja genau sagen wir mal meine feine ein ich habe schon sechs stück falls du heute brauchst so warte mal ich brauche mal kurz nacherfeuer denn mir fällt gerade ein wir können aus den knochen rüstung machen ja habe ich gibst du ihm ja also die die kräutermischung aus aller währung aus den regeln können dass das bombe also einige gesundheitsmischung die daraus kriegs halt ich um die hälfte wieder von ok aber hat ein stück ist das wieder hochgeheilt ist aber die was mit dem bogen gefunden welcher abteilung den gerade schon verzweifelt musste im inventar machen auch ein stock und seil und ein seil kannst du aus stoff herstellen aus sieben stoff ja ich meine auch sieben stoff ist ein seil so der kollege ist fertig gerüstet wunderbar was war jetzt gewesen ein stock ein stock ein seil und genau also ich kann es nicht mal gucken ich habe ja den bogen schon ein stoff ein seil und meine ich war es genau stock sei und dinge stock sei stoff ja nur freile kannst du dann aus ein stoff und fünf federn machen habe ich ob die euro und andere schon ausgerüstet sieht man doch einer brust 5000 arme die über eine rumkrabbeln du hast ein daumen auf etwas ein mittelfinger auf der hand und du hast du und du hast augen das ist der christ hat augen auf dem arm sehe ich so glücklich ihr könnt euch habt ihr noch davon dabei noch wusste ich habe schon ich habe nur zwei knochen ich habe auch sechs knochen und ein tuch kannst du ja leider gar nicht mehr also viel schädlich noch und nennen also stoff aber ich war jetzt sechs knochen und ein stoff und dreimal stochen drei stoff und drei stoff genau jetzt jeder was anderes sagen ich habe das hier für meine zuschauer gerade live eingeblendet ich würde was falsches erzählen sechs knochen drei stoff gleich knochen rüstung so bitteschön die rüstung brauchen auf jeden fall weil sonst ja genau johannes was war was heißt ja genau johannes was denn was denn was denn ich wurde vorhin von chris erschlagen von dem wurde ich angezündet was willst du eigentlich von mir oder niedergewechselt schuldigung wenn du dich auch so blöd da hinstellst dass ich genau dann fall abschießt wenn ich mich so blöd da hinstellen ja genau du hast du mit so einem kleinen mini katana nicht umgehen kannst das hat eine range von zwei meter so fett bin ich auch nicht sagst du hat das genauso gesehen ja können wir mal weiter gehen das ich bin der jüngste vom anständigsten ich sehe es noch kommen wenn wir richtung endgame content kommen wir werden das endgame niemals erleben weil wir uns gegenseitig erschlagen oder abfackeln das ist das ganz genau bestimmt bis dahin habe ich noch 30 mal gold wird gewonnen dann bin ich habe nämlich schon geklöpft also von daher ja ich dachte aus der leistung könnte man irgendwas raus kloppen deswegen guck mal die wacke ist so schön auf dem kaputtstuhl sitzt sich nicht gut ich auch nicht ihr könnt die pflanzen noch essen aloe vera chicory ja ich habe noch vier aloe könnte alles verknusen ja ich habe ich habe noch vier dann habe ich nichts mehr ich habe jetzt alles gegessen ich habe insgesamt noch sieben blumen also und so weiter ich habe jetzt alles gegessen ich bin jetzt halb voll ja sagen hätte ich ohne ende aber die kann ich habe ich weg nicht alles klar die rennen einfach schon weiter sie stehen doch hier ich habe ich habe gewartet auf dich wir haben gewartet auf dich das waren oder das schon mal gut links und rechts und anders ist eigentlich doch irgendjemand wie es zurückgeht auch in mir schon vorsicht 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 ja alles gut ja auch er wollen wir den grad noch mal zurück zum lagerfeuer ist ja gerade hier unten ich habe den schon auf den abend ok 9 boyfriend ja ja der hat aber den bärchen er hat so einen schönen hintern ja dann kann man kann man es alle noch mal ein bisschen knochen rüstung daraus basteln wie viel rüstung habt ihr ich habe jetzt zwei knochen zwei mutanten drei knochen meine mutterrüstung ist kaputt er hat er mehr der mutter und eben drehen weil ich glaube ich habe vor knochen geht ein sozusagen dann lasst gris erst was machen wie sagt ich brauche die knochen kann doch jeder aussagen ja gut aber im endeffekt ist ja egal wer es aussagen hat kann eine gerüstung bauen gerade man dann rauswerfen dann ja das tablet dann gehen das ist ja wie gesagt ich bräuchte halt drei knochen für dann hätte ich noch ein teil einzigen mehr ich habe alle verballert ich habe noch zwei knochen als ich bräuchte vier an der rest könntest du haben also ich habe jetzt einmal ich brauche noch ein knochen ich habe genau sechs gesammelt hat genau für einen größten teil gereicht also mehr kann ich ich habe zwei knochen und eine mutante okay wie gesagt ich habe drei knochen zwei mutanten ja hier power gamerin kommt dann gehst du vorher wieder in anführung genau wirst du kannst ja auch gar die taschenlampe geben ich habe ja auch eine taschenlampe kann die im auskosten hat sie die hat die hat fast alleine so müssen wie wir zwei zusammen also ja ja du genau du kater hallo das waren die kater ist wieder ich höre doch irgendwas